Mit der Komfort-Klimaautomatik 4 Zonen steuern Sie die Klimatisierung komfortabel mit dem Audi MMI. Nutzen Sie die Plus- und Minus-Tasten oder den Slider, um die Temperatur festzulegen. Die Veränderung wird grafisch sowie durch haptisches und akustisches Feedback bestätigt. Sie können auch die Sprachbedienung nutzen, um eine Veränderung auf der Fahrerseite vorzunehmen. Mir ist kalt. Welche Temperatur soll eingestellt werden? 21 Grad. Ich erhöhe die Temperatur auf 21,0. Die Automatikfunktion übernimmt die Regulierung auf die eingestellte Zieltemperatur selbstständig. Das System bezieht dafür die Anzahl der Insassen, die aktuelle Außen- und Innentemperatur sowie den Sonnenstand und die Luftfeuchtigkeit mit ein. Außerdem überwacht ein Sensor die Luftqualität. Werden Schadstoffe erkannt, schaltet das System bei aktivierter Umluftautomatik automatisch in den Umluftbetrieb um. Die Steuerung der Sitzplatzklimatisierung ist vorne und im Formbereich individuell möglich. Zudem können Sie über das More-Menü das Klima-Display auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Durch langes Drücken gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus, in welchen Sie die Belegung der rechten und linken Joker-Taste verändern können. Das Audi MMI speichert Ihre persönlichen Einstellungen und merkt sich diese in Ihrem Profil. Mit nur einem Klick können Sie die Einstellungen von Temperatur, Gebläse und Luftverteilung des Fahrers auf alle Zonen synchronisieren. Nutzen Sie alternativ eine Fingerbewegung. Die Klimasteuerung steht Ihnen auch in einer zweiten, kleineren Ansicht zur Verfügung, in der Sie jederzeit Zugriff auf benötigte Funktionen haben. Die Komfort-Klimaautomatik vier Zonen – für ein Raumklima zum Wohlfühlen.